Bisher waren diese Maden, Würmer und Motten eigentlich fehlgeleitet, die Tiere. Jetzt dürfen sie bis zu 10% der Lebensmittel ausmachen. Bestimmt die Tiere. Das muss man schon fairerweise sagen, dass da nicht jemand seine Fliegen erschmeißen kann, seine Toten, die er da absammelt oder vermalen kann. Aber wenn wir solche Waren bekommen, sagen wir mal aus Asien, da kam es gerade diese eine Zulassung dafür. Diese Firma stellt 100.000 Tonnen Pulver her, wenn die jetzt einen Frachter mit 10.000 Tonnen Pulver beschickt, nach Europa schickt. Wie will man kontrollieren, ob das dann wirklich von der Firma ist, was auf dem Frachter da drauf ist. Die Papiere sind geduldig und ob da nicht unten drin irgendwelche ganz anderen Käfer und Maden und Überreste von Schädlingsbekämpfungen hineingeraten und verpulverisiert worden sind. Das wird ja schwierig. Beim Mehl kann ich schneller überprüfen, wie ist das Mehl und aus welchen Getreidepflanzen ist das. Aber bei solchen Madenpulvern, da wird es dann schon schwierig.